Wengsche Müre, eine norwegische Sängerin und Schauspielerin, geboren am 15. Februar 1947, hat eine bunte und reiche Karriere hinter sich. Müre begann ihre Gesangskarriere schon in sehr jungen Jahren und wurde in Norwegen schnell für ihre Popsongs berühmt. Sie weitete ihre Karriere in ganz Europa aus, insbesondere in Deutschland, wo sie zu einem großen Star wurde. Einer ihrer größten Erfolge war die Vertretung Deutschlands beim Eurovision Song Contest, 1968. Obwohl sie nicht gewann, hinterließ sie tiefe Spuren in den Händen. Auch Müre's Karriere kann Misserfolge nicht vermeiden. Sie war in der Unterhaltungsbranche einem harten Wettbewerb ausgesetzt und hatte im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Schwierigkeiten, ihre Popularität aufrechtzuerhalten. Einige ihrer Alben erzielten nicht den erwarteten kommerziellen Erfolg. Zudem musste sie aus gesundheitlichen Gründen Konzerte absagen. Das Leben von Wengsche Müre enthielt auch Tragödien. Eine der größten Tragödien war, als sie gegen Brustkrebs kämpfen musste. Dies beeinträchtigte nicht nur ihre Gesundheit, sondern unterbrach auch ihre Karriere. Müre's größte Trauer ist wahrscheinlich der Verlust geliebter Menschen und die schwierigen Zeiten in ihrem Privatleben, die sie durchgemacht hat. Müre's trauriges Ende war, als sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurückziehen musste und damit eine brillante Karriere als Sängerin und Schauspielerin beendete, die sie über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Auch Wengsche Müre's Familien- und Liebesleben erlebte viele Stürme. Sie hat viele Beziehungen und Ehen erlebt, aber nicht immer vollständig und glücklich. Trotzdem bleibt Wengsche Müre eine musikalische und kulturelle Ikone in Norwegen und Europa, und ihre Beiträge zur Unterhaltungsindustrie werden immer noch in Erinnerung behalten und gefeiert. Wengsche Müre, eine Ikone der europäischen Musik- und Schauspielbranche, ist nicht nur für seine Erfolge auf der Bühne bekannt, sondern auch für ein Leben voller Höhen und Tiefen und Emotionen. Müre wurde in eine Familie mit künstlerischer Tradition hineingeboren, und zeigte bald Talent in Musik und Schauspiel. Dank der Unterstützung ihrer Familie gelang ihr schnell der Einstieg in die Unterhaltungswelt, und sie wurde zu einer der beliebtesten Künstlerinnen in Norwegen. Zu den Karriereerfolgen von Wengsche Müre zählen berühmte Hits, Bestseller, Alben und beeindruckende Rollen in Filmen und Fernsehsendungen. Sie hat viele Musikpreise gewonnen und genießt nicht nur in Norwegen, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern große Anerkennung. Müre hat auch viele erfolgreiche Tourneen organisiert, die tausende von Fans anzogen. In ihrer Karriere lief nicht alles reibungslos. Wengsche Müre erlebte Misserfolge, manchmal erzielten Projekte nicht den erwarteten Erfolg oder Alben, die beim Publikum nicht gut ankamen. Diese Schwierigkeiten zwangen sie, unermüdlich darum zu kämpfen, ihre Position in der wettbewerbsintensiven Unterhaltungsbranche zu behaupten. Die Tragödien in Wengsche Mures Leben beendeten nicht nur ihre Karriere, sondern berührten auch ihr Privatleben. Der Kampf gegen den Brustkrebs war für Müre eine große Herausforderung, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Sie war mit Angst und Unsicherheit konfrontiert, aber mit einem starken Geist überwand sie diese, und kehrte zu ihrer Musik und ihrem Publikum zurück. Was Wengsche Müre am meisten traurig macht, sind wahrscheinlich die Verluste in ihrem Privatleben und die schwierigen Zeiten, die sie alleine durchmachen musste. Das traurige Ende ihrer Karriere, als sie sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurückziehen musste, hinterließ eine große Lücke in ihrem Leben, doch Müre ist immer noch für ihre wertvollen Beiträge zur Musik und zum Kino in Erinnerung. Was das Familien- und Liebesleben betrifft, hat Wengsche Müre viele Beziehungen und Ehen durchgemacht. Obwohl sie glückliche Zeiten hatte, erlebte sie in ihren Beziehungen auch viele Schwierigkeiten und Traurigkeit. Die Unterstützung ihrer Familie und Freunde half ihr jedoch, die schwierigen Zeiten zu überstehen. Obwohl Wengsche Mures Leben und Karriere Höhen und Tiefen hatten, war sie immer eine talentierte und belastbare Künstlerin. Sie hinterließ nicht nur Kunstwerke, sondern auch das Bild einer starken, zielstrebigen Frau, die sich stets der Kunst verschrieben hat. Wengsche Müre wird für immer als Ikone der europäischen Musik und des europäischen Kinos mit einem stolzen künstlerischen Erbe in Erinnerung bleiben. Wengsche Mures Leben hatte auch abseits des Rampenlichts unvergessliche Momente. Obwohl sie in ihrer Karriere und ihrem Privatleben viele Turbulenzen durchgemacht hat, behält Müre ihren Optimismus und ihre positive Energie bei. Sie war schon immer davon überzeugt, dass Musik und Kunst die Kraft haben, Menschen zu heilen und zu verbinden, und deshalb widmet sie sich stets ihrem Publikum. Einer der bemerkenswertesten Momente in Mures Leben war, als sie beschloss, ihre Autobiografie zu schreiben und ihre Erfahrungen, Gefühle und Lebensgeschichte mit den Lesern zu teilen. Das Buch erhielt viele positive Reaktionen, nicht nur von Fans, sondern auch von Menschen, die sie noch nie zuvor gekannt hatten. Mures Autobiografie ist nicht nur eine Geschichte von Erfolg und Misserfolg, sondern auch ein wahres Porträt des Kampfes mit Krankheit, Ausdauer und Leidenschaft. Die Familie ist für Wengsche Müre immer ein starker Dreh- und Angelpunkt. Sie hat eine enge Beziehung zu ihren Kindern und ist stets bestrebt, Beruf und Familie miteinander in Einklang zu bringen. Müre erzählte einmal, dass Momente mit ihrer Familie die größte Quelle der Ermutigung seien, um ihr bei der Bewältigung der Herausforderungen im Leben zu helfen. Obwohl sie in ihren romantischen Beziehungen mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert ist, glaubt sie immer noch an die Liebe und den Wert der Familie. In den letzten Jahren ihres Lebens verschlechterte sich Mures Gesundheitszustand allmählich, was sie dazu zwang, ihre künstlerischen Aktivitäten einzuschränken. Sie blieb jedoch optimistisch und beteiligte sich weiterhin an sozialen Aktivitäten, um Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen und andere zu inspirieren. Der Tod von Wengsche Müre ist ein großer Verlust für die Unterhaltungsindustrie und diejenigen, die sie lieben. Ihr trauriges Ende hinterließ bei Publikum und Kollegen. Wengsche Müre hat ein buntes Leben geführt, mit glänzenden Erfolgen und tiefen Noten. Sie ist nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch eine belastbare Frau, die immer für das kämpft, was sie glaubt und liebt. Auch wenn er verstorben ist, bleiben die Spuren von Wengsche Müre immer noch in den Herzen des Publikums und der Unterhaltungsindustrie. Die Geschichte ihres Lebens und ihrer Karriere wird auch künftige Generationen von Künstlern und Fans nach dem Tod von Wengsche Müre wurde das Erbe, das sie hinterlassen hatte, auf vielfältige Weise geehrt und in Erinnerung gehalten. Fernsehsendungen, Radiosendungen und Zeitungen erinnern ständig an ihre Beiträge zu Musik und Kunst. Ihre Lieder wurden weiterhin ausgestrahlt und viele junge Künstler betrachteten Müre als Vorbild, dem sie folgen sollten. Auch Museen und Kultureinrichtungen in Norwegen und Deutschland organisieren Ausstellungen und Veranstaltungen zum Gedenken und zur Würdigung von Mures Leben und Werk. Ihre Fotos, Auftritts-Outfits und Auszeichnungen wurden ausgestellt und lockten tausende von Fans an, die diese talentierte Künstlerin bewundern und mehr über ihr Leben erfahren wollten. Auch die Familie von Wengsche Müre spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung und Förderung ihres Erbes. Ihre Kinder und Verwandten beteiligen sich weiterhin an Wohltätigkeitsaktivitäten und Kulturprojekten und bewahren so den Geist und die Werte, die Müre ihr ganzes Leben lang verfolgt hat. Sie treten auch regelmäßig bei Tribute-Events auf und teilen Erinnerungen an sie, und tragen so dazu bei, schöne Erinnerungen an eine großartige Künstlerin wieder auf. Ein besonderer Aspekt von Wengsche Mures Vermächtnis ist seine Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und zu inspirieren. Generationen junger Künstler finden in ihrer Geschichte eine starke Quelle der Ermutigung, dass sie trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen immer noch Erfolg haben können, wenn sie beharrlich und leidenschaftlich sind. Müre hinterließ nicht nur gute Lieder und beeindruckende Rollen, sondern auch eine Botschaft der Standhaftigkeit und Liebe zum. Bei Gedenkgottesdiensten und Gedenkveranstaltungen singen die Fans von Wengsche Müre oft Coverversionen ihrer berühmten Lieder und schaffen so eine warme und berührende Atmosphäre. Diese Melodien und Texte scheinen für immer in den Herzen der Zuhörer nachzuhallen, als Erinnerung an die starke Liebe und Leidenschaft, die Müre für die Kunst hegt. In den Jahren seit dem Tod von Wengsche Müre ist die norwegische und deutsche Unterhaltungsindustrie weiter gewachsen, aber ihre Handschrift ist immer präsent. Immer wieder betreten neue Künstler die Bühne und bringen den Geist und Einfluss von Müre mit. Musik und Kunstpreise werden manchmal nach ihr benannt, um Mürres zahlreiche Beiträge zu würdigen und ihren Namen in den Herzen von Fans und Kollegen lebendig zu halten. Wengsche Mürres Leben und Karriere sind eine Symphonie aus freudigen Tönen und leisen Klängen. Von durchschlagenden Erfolgen bis hin zu tiefem Schmerz entsteht eine Geschichte voller Emotionen und Kraft. Wengsche Müre ist nicht nur eine Künstlerin, sondern auch ein Symbol für Ausdauer und Leidenschaft, eine ewige Flamme in den Herzen der Kunstliebhaber. Und eine Nadel, um die Fadenenden zu verweben und die Spitze zu schließen. Tube Socks werden von oben nach unten komplett in einem Stück durchgestrickt und enthalten keine Ferse. So sieht das Ganze dann aus. Es war schon einmal gefaltet, darum sieht es hier aus, als ob da eine Ferse wäre. Es ist aber nur ein langer Schlauch, der am unteren Ende verschlossen wird. Durch diese Methode hast du keine störenden Nähte an den Seiten der Ferse. Und das Ganze ist einfacher, sodass auch sehr viele Anfänger, die sich gerade mit dem Stricken auf Ringen oder auch mit Nadeln vertraut machen, sich Socken herstellen können. So, wie du eben gesehen hast, besteht der gesamte Schaft und der Fußrücken aus dem Schachbrettmuster und die Fußsohle wird rechts gestrickt. Wie das alles funktioniert, erfährst du im heutigen Video. Wir fangen an mit dem Bündchen und dafür machst du erst einmal eine Schlaufe.